Hi, Jason hier. Versteckt, hallo. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Dieses Mal ohne Testing, dieses Mal mit einem Projekt. Adventskalender. Ich habe mich hingesetzt und ich habe tatsächlich 24 verschiedene Flaschen ausgewählt. Die werde ich gleich aufzählen und dann werde ich einfach mal sagen, dass es die 3CL-Version gibt und die 5CL-Version gibt. 24 Flaschen inklusiv Versand innerhalb von Deutschland kostet 50 Euro, also 2 Euro pro Sample. Echt kaum zu schlagen, finde ich. Da ist neue Flaschen dabei und da ist Inhalt. Und hier bei den 5CL kostet das 80 Euro. Flaschen plus auch neue Flaschenetikett und Inhalt. Was haben wir? Wir haben Blanton's Single Barrel Bourbon Whisky. Wir haben Buffalo Trace. Eine der besten Whiskys unter 20 Euro, die man finden kann. Wir haben Boulet oder Bullet Bourbon. Auch unter 20 Euro. Okay. Eine von den Newcomers. Soll man schon probiert haben. Wir haben Eagle Rare. 10 Jahre alt. Also richtig, richtig cool. Also wenn ich hier eine Flasche ganz schnell greifen darf. Super tode Sachen dann da. Wir haben hier Alia Craig Small Batch. Also haben wir auch. Vielleicht kann ich da auch ein paar Flaschen immer wieder zeigen. Super, super Sache. Also lecker. Wir haben Evan Williams Single Barrel Vintage. Das Zeug war Honig in meinem Mund. Wir haben Ezra Brooks. Ist geschichtlich interessant, aber vom Geschmack her Jim Bean verschnitt mehr oder weniger. Wir haben Four Roses. Zuerst haben wir Four Roses Single Barrel. Gut. Und ich hab auch noch tatsächlich Single Barrel Four Roses hier rein gemacht. Also super tolles Zeug. Wir haben dann da Heaven Hill Old Style Bourbon. Wir haben Jack Daniels Single Barrel Select. Wer das nicht kennt, sollte man das probiert haben. Sehr, sehr, sehr gut. Wir haben hier Jim Beam Signature Craft. Zwölf Jahre alt. Auch sehr, sehr, sehr lecker. Kann ich absolut empfehlen. Wir haben... Das hat mir fast weh getan, das mit euch zu teilen. Bookers. Ach, eine meiner, wenn nicht meine Lieblings Bourbon überhaupt. Das Zeug ist so gut. Wir haben Basil Hayden. Also richtig, richtig nette Small Batch Jim Beam Roggen. Anteilig. Artfully aged. Richtig, richtig gut. Wir haben Bakers. 107 Proof. Sehr interessant, sehr gut. Und auch. Ich wiederhole mich, weil es halt eben tolle, tolle Sachen sind. Wir haben Knob Creek Single Barrel Reserve. 60% Alkohol. Das Zeug ist der Hammer, Leute. Genial. Das könnt ihr dann auch natürlich dabei mit probieren. Wir haben Coval. Eine unabhängige Artisan Micro Distillery aus Chicago. Also was interessant ist, haben wir hier drin Four Grains. Wir haben Hafer. Wir haben Gerste. Wir haben Roggen und wir haben Weizen. Also richtig, richtig ungewöhnlich sollte man probiert haben. Wer haben denn da Old Crow Reserve. Wir haben hier Rebel Yell, nachdem das Lied denn da von Billy Idol damals gemacht wurde, auch den Namen bekommen hat. Wir haben Rittenhouse. Den habe ich gerade jedem in der Hand gehabt. Ein Rye Whisky. Absolut superschön. Wir haben, und das finde ich absolut nett von mir, Smooth Ambler. Also Old Scout. 7 Jahre alt. Richtig, richtig geniales Zeug dabei. Wir haben Wild Turkey. Nicht irgendein Wild Turkey. Nein. Wild Turkey 13 years. Also richtig gut. Nicht nur das, sondern wir haben auch Wild Turkey Rare Breed. Auch denn da mit 56,4% Alkohol. Und ganz zum Schluss der Nummer 24 ist Woodford Reserve. Also 24 verschiedene Bourbons. Exzellente Sachen. Small Batch. Bis hin zu Single Barrel. Bis hin zu Micro Distiller. Damit bekommt man eine wunderschöne Überblick, was Bourbons alles hergeben. Ich kann nur sagen, Leute, also für 50 Euro sich hier diese 3CL zu gönnen. Macht das mal. Die hier für 80 Euro. Um ein bisschen mehr davon zu haben. Auch das ist eine Möglichkeit. Ich habe schon zwei Pakete davon nach England hingeschickt. Ich gehöre zu dieses Bourbon, British Bourbon Society. Und dort habe ich dann Leuten gefunden, die das haben wollten. Und waren so dankbar, das dann zu empfangen. Und vielleicht gibt es auch Menschen hier in Deutschland, die so etwas mögen und wollen. Ja? 50 Euro inklusive Versand. 80 Euro inklusive Versand. Ihr merkt, das habe ich hier. Wo nötig wäre ich vielleicht sogar möglich, denn da mich überreden zu lassen, weitere Flaschen dazu zu kaufen und dann weitere Sets auch herzustellen. Wobei, ich habe dann da das erste Mal 180. Ist das richtig? 5x24. 6x24. 120. Genau. 6. 7x24. 7 Sets abgefüllt das erste Mal. Schauen wir mal, wie weit ich damit komme. Gut. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ganz anders heute. Ein Adventskalender. Bourbon Style. Wenn du Interesse hast, melde dich. Bis dann. Tschüss.